Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und ich bin heute bei Peter Hackmey und seiner Lebenspartnerin Judith zu Gast in Wien. Und ich habe die beiden vor circa einem Jahr kennengelernt bei einem Klimatreffen, das von Peter indiziert wurde und zu dem ich mehr oder weniger zufällig gekommen bin. Es ging damals um ein Brainstorming zu seinem Projekt Träum weiter, aus dem sein aktuelles gleichnamiges Buch hervorgegangen ist und das er nun noch weiterentwickelt, um Menschen dabei zu begleiten, ihre Träume zu erleben. Damals in dieser Gruppe von Menschen, die ich alle vorher nicht gekannt habe, fühlte ich mich wohl wie ein Fisch im Wasser. Das waren Menschen, die ihre Träume lebten oder auf dem Weg dorthin waren, die sich gegenseitig darin unterstützten und bestärkten. Allen voran Peter, der mit seinem Ausstieg aus dem Profifußball ein wunderbares Beispiel dafür ist, dass man durchaus auch mehrere Träume haben und leben kann. Und dieses Kennenlernen von Peter und den anderen Grümmern war für mich damals ein ganz wichtiges Ereignis, aus dem sich für mich viel entwickelt hat. Und deshalb freut es mich natürlich auch ganz besonders, mit Peter heute dieses Gespräch zu führen, weil er sicher auch einen ganz wichtigen Anteil darin hatte, dass ich mit meinem Podcast überhaupt erst gestartet bin. Ja, lasst euch auch inspirieren und ich wünsche euch ganz viel Freude bei dem Gespräch. Ja, dann sage ich einmal vielen Dank für die Einladung dazu euch in die Wohnung. Du hast ja jetzt ein drittes Buch herausgebracht, Träume weiter. Was mir als erstes interessiert, weshalb ist das so ein großes Anliegen, Menschen zu bewegen, ihre Träume zu leben? Es ist vielleicht sogar die Aufgabe in meinem Leben, zumindest für diesen Lebensabschnitt, ich habe selber gespürt, wie viel Kraft ich schöpfen kann, wenn ich meiner größten Begeisterung nachgehen darf. Und das war eben, seit ich mich erinnern kann, der Fußball, also seit ich zurückdenken kann, als ich Kind war, habe ich klassisch auf den Ball draufgehauen. Ich habe sicher die Leidenschaft für den Sport von meiner Mama mitbekommen und habe relativ bald zu meiner Mama gesagt, dass ich Fußballprofi werden will, aus zwei Gründen. Einerseits, weil es mein absolutes Lieblingshobby war, also ich habe jede freie Minute in Fußballspielen verbracht. Und auf der anderen Seite war es auch ein Antrieb, Teil von einer größeren Familie zu sein. Also ich bin bei meiner Mama alleineziehend aufgewachsen und habe mich immer danach gesehen, Teil von einer größeren Familie, unter Anführungszeichen, zu sein. Und für mich war das der Fußball. Ich habe als Kind dann auch viel Tennis gespielt und der Sport an sich ist nach wie vor etwas, was mich begeistert. Aber das wirklich Teil von einem größeren Ganzen zu sein, mit einer Mannschaft an einem Strang ziehen, gemeinsam verlieren, gemeinsam gewinnen, das war das, warum ich mich dann eigentlich auf den Fußball entschieden habe. Und ich habe damals zu meiner Mama gesagt, ja Mama, irgendwann werde ich Fußballprofi, und dann werde ich unsere Rechnungen zahlen und unsere Urlaube finanzieren. Und das klingt irgendwie witzig oder absurd, 23 Jahre später danach, aber ich bin fest davon überzeugt, dass das ein wesentlicher Antrieb war, dass ich mir und meiner Mama einfach ein besseres Leben ermöglichen wollte, ohne dass es uns jetzt schlecht gegangen war, dass wir verhungert waren. Aber ich habe trotzdem gemerkt, dass sie als Arbeiterin, als alleinerziehende Mutter, auf sehr viel verzichtet hat, und das wollte ich dann zurückgeben auf diese Weise. Und nachdem ich es bei mir gespürt habe, dann was das auslöst, wenn du deinen Kindheitstraum verfolgen darfst und das leben darfst, habe ich irgendwann festgestellt, dass in meinem Umfeld ganz viele andere ganz weit davon entfernt sind, das zu tun, was sie interessiert oder gar begeistert. Und das wünsche ich eigentlich so vielen Menschen wie möglich. Und die Vision ist überhaupt, dass jeder Mensch sich seine Träume verwirklichen kann. Es ist eine große Vision, habe ich aber auch gelernt, auch durch Hermann und Katzi groß zu träumen. Und letztendlich den Weg muss jeder selber gehen, aber ich glaube, man kann durchs Tun, durchs Sein, so wie man ist, auf jeden Fall inspirieren, um das Vorzeigen das geht, und aber auch Rahmenbedingungen schaffen, im kleinen Kreis, beim ersten Schritt in einem Seminar, durch ein Buch, durch Coachings, oder auch als Trainer in einem Fußballverein zum Beispiel, dass man mithilft oder denjenigen unterstützt, dass er seinem Traum ein bisschen näher kommt. Siehst du einen Unterschied zwischen Ziel und Traum? Ja, ganz klar. Ich habe sehr viel gelernt von diesem indischen Guru, vom Osho, ich weiß nicht, ob du den kennst, der den Traum als etwas sehr Abstraktes definiert, und genau das ist es, und genau das ist auch der Grund, warum so viele Menschen mit dem Träumen nichts anfangen können, weil das kann ich oft nicht angreifen, ich weiß nicht wirklich, was es ist, da schlagt mir gleich, weil es oft so groß ist, das ist schon mal der erste Fehler, dass Träume auch scheinbar ganz Kleines sein können, wenn es für die subjektiv wichtig ist, ist es groß. Und für mich steht der Traum immer am Beginn, also wirklich, es ist der erste Schritt, ins Tun zu kommen und dir einmal alles denken zu trauen, alles träumen zu trauen, und das muss gar kein konkreter Traum sein, sondern dass du zumindest einmal in die Richtung gehst, so beschreibt es eben der Osho auch, dass du die Richtung definierst, und automatisch kannst du aber flexibel bleiben, wenn du von vornherein sagst, das ist das Ziel, dann ist das etwas ganz Hartes, etwas ganz Konkretes, und wenn ich das nicht erreicht habe, bin ich quasi gescheitert. Aber wenn ich grundsätzlich weiß, was die Richtung ist, dann kann ich so wie das Wasser, kann ich mich in einem Bachreil einmal links nach rechts bewegen und mich auch anpassen, und dann, so mache ich zumindest für mich, in kurzfristige Ziele runterzubrechen, wo ich spüre, das ist dann schon etwas Konkretes auf diese Hinarbeit, aber es ist nicht etwas, was mich erschlagt, weil ein Traum oft halt viel, viel weiter weg ist. Und insofern ist für mich die Kombination, also ich sage mit entweder Ziel oder Traum, sondern für mich ist es der Traum oder Vision oder Lebensaufgabe, wie ich vorhin gesagt habe, und das dann runterzubrechen, damit man sich auch nicht verliert in irgendwelchen Details, aber sagen, okay, das ist jetzt der nächste Meilenstein oder das nächste Ziel. Wenn man sich das jetzt bei dir anschaut, war Fußballprofi zu werden ein Traum oder Ziel? Es war der ganz große Traum, also es war wirklich sehr, sehr abstrakt und ich glaube, als Kinder träumen wir auch viel mehr, viel intensiver, viel größer, weil wir uns in dem Moment jetzt gar nicht unbedingt fragen, ist das realistisch oder ist das wichtig, sondern es ist einfach immer irgendein Puls da, den ich spüre. Und bei mir war es eben dieser Mix aus einerseits mein größtes Hobby, das coolste Spiel, das ich mir vorstellen habe können, und auf der anderen Seite aber schon dann Profi zu werden, damit ich konkret so viel Zeit wie möglich in meinem Leben einfach damit verbringen kann. Also es gibt einfach diese zwei Möglichkeiten, entweder ich mache mein Hobby, meine Leidenschaft zum Beruf und automatisch kann ich viel Zeit darin investieren oder ich versuche mir zumindest möglichst viel Freizeit freischaufeln zu können, damit ich dem nachgehe. Und deswegen war es am Beginn als Kind ein ganz, ganz abstrakter Traum, und es ist im Laufe der Zeit, je öte ich war und bin, immer konkreter geworden, weil ich gemerkt habe, es ist nicht nur der Traum so, sondern es ist auch das Talent da, es ist die Begeisterung da, dass ich wirklich den Weg gehe und konsequent und zielstrebig darauf hin arbeite. Und dann habe ich mir eben durch kurzfristige Ziele darauf hingearbeitet, so dass ich von einem kleinen Verein am Dorf zu der Akademie wechseln, nach Ried im Inkreis, dann von dort immer von Jahr zu Jahr in die nächste Mannschaft hocharbeite quasi, also da habe ich immer so Jahresziele gehabt und dann mir meinen großen Traum erfüllen mit 18, wie ich die Unterschrift unter den Vertrag gesetzt habe. Und das war das Mittel zum Zweck, das wahre Ziel oder der Traum dahinter war, dann in einem Fußballstadion aufzulaufen, wo bei uns sind es nicht Zehntausende, wie in Deutschland oder England, aber zumindest ein paar Tausend, hinter dir stehen und die anfeiern und ein großes Fußballfest feiern mehr oder weniger. Das war der eigentliche Traum. Du hast ja, wie du aufgehört hast, mit Profifußball, dann hat es sehr schnell dein erstes Buch veröffentlicht. War das da währenddessen? War Autorwerden auch ein Traum? Das war ein Traum, der sehr spät gereift ist. Es hat immer schon in mir geschlummert und ich bin auch fest davon überzeugt, dass ganz viele Menschen was ganz tief in sich haben, was sie vergessen haben, was sie noch nie genau hingeschaut haben und bei mir ist dieses Schreiben oder die Sprache an sich, egal ob ich über was rede oder was schreibe, ist etwas, was ich auch von meiner Mama mitgekriegt habe. Auch da hat man sich die Begeisterung vorgelebt und wie wichtig Sprache auch sein kann. Und ich habe dann mit 15 einen Persönlichkeitstrainer gehabt im Fußball, zu dem eigentlich gekommen bin durch ein Rhetorik-Seminar und der hat damals den Satz gesagt, Sprache ist das halbe Leben. Und mit 15 habe ich das nicht verstanden, da habe ich maximal geglaubt, ja, Geld ist das halbe Leben, aber was hat Sprache jetzt damit zu tun? Und mit der Zeit habe ich es verstanden, warum, weil jedes nette Wort, jedes Liebesgeständnis, Streit, es basiert so viel auf Sprache und so sehr es manipulieren kann, so sehr, wenn du dir bewusst bist, kannst du es auch gezielt einsetzen, und ja, insofern wahrscheinlich ist damals so die Begeisterung für die Sprache an sich entstanden im Alter von 15, 16 mit diesem Seminar, mit dieser Bewusstseinsmachung und dann habe ich aber ganz lange nicht darauf zugriffen, weil für mich war komplett im Tunnel Fußball und da hat es einfach nichts anderes gegeben und dann war Sprache oder das Schreiben eigentlich für mich viel mehr ein Mittel, mich selbst zu therapieren. Also mein Gott, das erste Buch ist eigentlich reine Selbsttherapie und ich habe nie glaubt, dass ich das irgendwann einmal veröffentlichte. Ich habe, ja, eigentlich wie ich das, wie ich entschieden habe, das doch zu veröffentlichen, da war 90% vom Buch schon fertig, es war nicht so, ich schreibe ein Buch und jetzt geht es los, sondern ich habe 90% für mich oder vielleicht für irgendwen, für meine Kinder, einmal, wenn die dann reinlesen wollen, aber es war einfach alles nochmal zu durchleben und vor allem dann auch abschließen zu können. So bin ich eigentlich ins Schreiben eine gerutscht. Und ja, mittlerweile hast du drei Bücher veröffentlicht. Beschreiben die ein bisschen deine Entwicklung? Ja, die Leser sagen es so zumindest, dass ich mittlerweile anders schreibe, also mich da sicher weiterentwickelt habe, was mich gefreut, weil ich auch fest davon überzeugt bin, dass das erste Buch sicher nicht die größte, Kunst am deutschsprachigen Markt ist, aber es war einfach ein wichtiger erster Schritt, einmal damit anzufangen. Und man sieht sicher meine Weiterentwicklung und vor allem, wenn man sich die Covers anschaut vom ersten und zweiten Buch, da sind, ich glaube, zwei Jahre, wenn überhaupt dazwischen und da, wenn ich mir das selber anschaue, schaut mir da ein anderer Mensch einfach an. Also nicht einer, der einen Schritt weiter ist, sondern wirklich, ich würde fast sagen, ich habe mich nicht 180 Grad dran, aber vielleicht 150 oder so. Also ich habe durch die Weltreise bin ich viel, viel dankbarer und offener waren. Ich habe mir das erste Mal in meinem Leben außerhalb vom Fußball ganz, ganz viele Fragen gestellt, die mich einfach Schritt für Schritt mehr zu mir selber bringen. Und ich glaube, dass ich viele Antworten für mich gefunden habe. Es ist noch sehr, sehr viel offen, aber ich spüre, dass ich heute, dieses kleine Cover, das kleine Porträt, was im dritten Buch drauf ist, dass das Bild mehr mir selber entspricht, dem Peter Alexander als dem Peter Hackmeier oder dem Hacke, wie es mir damals genannt haben, als Fußballer. Und ich glaube, das ist eines der schönsten, ja, Bestätigungen eigentlich von deinem Weg. Und ich habe es halt sehr konkret, durch das, dass da ein Buch liegt, also sehr greifbar. Und ich glaube, dass viele Menschen einfach viel zu kurzfristig oft zurückschauen und reflektieren, dass sie ihn ganz viel, viel mehr tun, als man dann eigentlich war. Aber de facto kann ich sicher sagen, dass ich heute ein ganz anderer Mensch bin als vor zehn Jahren. Macht dieses Schreiben also richtig Freude? Also ist das etwas, was dir Spaß macht? Meistens. Also ich habe ja das Glück, dass ich nicht regelmäßig schreiben muss. Also ich könnte niemals für eine Tageszeitung schreiben, selbst bei so einem monatlichen Magazin würde mir schwer tun, auf Datum abzuliefern. Das beeindruckt mich, wenn das wer schafft und da immer abliefert. Für mich ist es wirklich, ich habe mir erst vor kurzem in meinen Kalender eingespeichert, diese Frage, was begeistert mich heute am meisten? Und ich bin einerseits unheimlich dankbar, dass ich dem überhaupt nachgehen darf, dass ich nicht sage, ich habe meinen fixen Monats-Jahresplan oder ich habe einen Chef, der immer sagt, was ich zum Teuer habe, sondern dass ich mir die Frage überhaupt stellen darf. Das ist einer der größten Geschenke überhaupt. Und genau das mache ich mittlerweile wirklich jeden Tag. Es ist dann schon oft so, dass ich mal einen Termin ausgemacht habe oder dass ich gerade in einem Projekt bin, das hat einmal ein, zwei, drei Wochen Arbeit bedarf oder Fokus bedarf. Aber an sich ist es genau das. Und manchmal kippe ich so richtig ins Schreiben rein und schreibe dann einen Blogpost oder eben so wie das Buch, das letzte. Das war auch relativ spontan entschieden, dass das ein Buch wird. Und manchmal ist es das Menschenbegegnen, so wie jetzt in diesem Moment. Und egal, ob ich der Zuhörer bin oder der Sprechende, ich schaue, dass ich immer mehr in Dialog trete, weil ich auch gelernt habe, zuzuhören. Das habe ich ganz lange auch nicht geschafft in meinem Leben. Ja, und zusammengefasst ist es einfach sehr schön und wertvoll, wenn man immer dem nachgehen darf, was die jetzt gerade interessiert und jetzt gerade beschäftigt. Und das war im letzten halben Jahr das Schreiben und deswegen ist auch dieses Buch entstanden. Und jetzt gerade ist es wieder ganz was anderes. Jetzt möchte ich einen Online-Kurs darauf aufbauen. Also jetzt sieht ich gerade sehr viel vor Videoprogrammen und nehme Videos auf und schneide und suchen wir Talk-Ausschnitte dazu heraus und spüre auf der anderen Seite auch noch mehr in die Coaching-Richtung, also in die Richtung zu gehen, Menschen zu begleiten. Weil es sind mehrere Puzzlestücke, die im Großen und Ganzen sind. Aber es ist immer zu einer anderen Phase was anderes, was mich jetzt gerade beschäftigt und begeistert. Video Online-Kurs zum Thema Träume leben, Träume weiter. Träume verwirklichen. Und das wird, also ich habe jetzt einmal einen groben Entwurf gemacht, es wird drei wesentliche Abschnitte geben. Im ersten einmal dich selber überhaupt kennenzulernen und zumindest so tief einzutauchen, wie man es mit einem Online-Kurs kann. Also da geht es jetzt nicht nur Dream big und jetzt fang an und dann wird eh alles gut, sondern wirklich einmal sich Fragen zu stellen, wer bin ich überhaupt und wie viel handel ich zum Beispiel aus meinem Ego heraus und welcher Teil ist das wahre Selbst, also was steckt eigentlich dahinter. Und man einfach lernt auch, seine Gedanken einmal nicht nur zu steuern oder programmieren, sondern überhaupt einmal wahrzunehmen und auch den negativen Gedanken Platz zu geben, weil wir leben in einer Zeit, wo das alles nicht gefragt ist. Auf Social Media ist das nicht cool, wenn ich einmal herzeige, dass es mir nicht gut geht oder dass ich gerade negative Gedanken habe. Da habe ich in einem spannenden Seminar bei Markus Jan, ich weiß nicht, ob du den kennst, der macht die EPIC-Seminare in Wien, gelernt, dass die negativen Emotionen mindestens genauso wichtig sind, aber die halt so auf Zeiten geschoben werden. Und das versuche ich eben in dem Online-Kurs so gut es geht zu verpacken, damit man mal quasi einsteigen kann. Im ersten Schritt, damit du dich selber kennenlernst, in Folge mehr oder weniger herausfindest, was du begeisterst und dass du deine Potenziale entfalten kannst. Und im nächsten Schritt die Chance hast, mit mir in einem 1-1-Coaching tiefer einzutauchen oder zum Sascha, der Mentaltrainer ist, mit dem ich gemeinsam Seminare mache, zu uns kommst oder einfach selber deinen Weg weiter beschreitest. Also es soll quasi so ein Türöffner sein zu dir und deinen Träumen und den Weg selber, wie du den weiter gehst, den darf jeder für sich bestimmen. Das erste Buch hat geheißen Träume verändern. Wie war das, wenn du gesagt hast, okay, ich bin Fußballprofi, Ende, mache ich jetzt nicht mehr mehr. Hat es da schon einen konkreten Plan gegeben, wie es weitergeht für dich? Wie ist es da gegangen? Gar kein. Also es war so ziemlich die schwierigste Phase in meinem Leben, weil meine Fußballkarriere oder der Fußballjahr, wie ich eingangs erwähnt habe, nicht nur war, das ist jetzt mein Traumjob, sondern es war für mich wirklich Familie. Und das loszulassen, war nicht nur, mich als Profifußballer zu verabschieden, sondern ein Teil meiner Familie loszulassen oder mich zu verabschieden. Und deswegen war das ja so mit die schwierigste Phase in meinem Leben. Und das Spannende war, das war so, wie man oft sagt, ja, her auf dein Herz und lass dich nicht zu viel vor deinem Kopf oder Verstand leiten. Und das war so eine mega Zerrissenheit, die es in Wahrheit über zwei Jahre zogen hat. Also ich habe zwei Jahre davor schon überlegt, ob ich aufhöre, weil ich gespürt habe, das ist es nicht mehr. Ich habe zwei Jahre einfach nicht den Mut gehabt. Und es hat immer wieder schwere Verletzungen sein müssen, die mir aus dem Radl rausgehauen, damit ich darüber nachdenke. Und es hat dann wieder eine Verletzung gebraucht. Also selbst da habe ich dann wieder ein Jahr gebraucht, damit wahrscheinlich irgendwann auch mein Kopf sagt, okay, das macht vielleicht nicht Sinn, dass da jetzt ja das Kreuzbandl reißt. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, dem Herz zu folgen, das sagt, Fußball ist es nicht mehr. Ich kann der Leute auch nicht sagen, was es jetzt ist, aber das muss einmal abgeschlossen werden, damit überhaupt es weitergehen kann. Und dann war es einfach wichtig, durch das Erlebnis, das erste Buch und deswegen war es generell wichtig, dass ich eine Aufgabe gehabt habe, in dem Lebensabschnitt quasi diesen Leerraum zu füllen und aus diesem Leerraum einen Freiraum zu machen, in dem ich dann die Leidenschaft für das Schreiben ausleben habe können, da die Transition zum Autor zu schaffen. Und selbst da nicht mit dem Bewusstsein, dass ich sage, okay, ich werde jetzt Autor, sondern das war eher der Abschluss von dem ersten Kapitel Fußballer sein. Und dann habe ich die Welt bereist und bin da Schritt für Schritt mir eben immer näher gekommen und habe gespürt, wie es weitergehen kann. Aber der Moment, das abzuschließen, war deswegen so schwer und ich glaube, das ist aber immer so, dass du da oft gar nicht wissen kannst, was es danach sein kann oder soll, aber dass das andere nicht passieren kann, wenn du das andere nicht abschließt. Und vor dem haben so viel Angst, was ich absolut verstehe, weil ich es selber gespürt habe, aber es kann nur so sein, du musst eine Tür zumachen, damit eine oder sogar mehrere andere aufgehen können. Und das Vertrauen, was wir heute schon mal angesprochen haben, in das Universum, manche sagen Gott oder Leben oder vertrauen in dich selber, das habe ich seitdem immer mehr aufbauen können, dass die richtigen Dinge passieren, dass wir die richtigen Menschen zufliegen, damit wir die richtigen Angebote, was auch immer, Locations, dass ich noch winzig war, nie auf meinem Plan, das ist mir auch passiert. Und wenn man das einmal gespürt hat, dann gibt es einfach so eine unglaubliche Freiheit, dass du da in etwas Höheres vertrauen kannst und nicht nur auf dich alleine gestellt bist. Das heißt, das hat sich nachher dann in deinem Leben auch noch öfter so gezeigt, dass man die Tür wirklich auch zumachen muss. Immer wieder. Und das Spannende war, dass einmal die Tür zuhauen, sprich, ich stehe in der Kabine und sage zu meinen Kollegen, das war es jetzt, ich herauf, das war ja quasi so die erste Tür und dann bin ich so in die nächste, wie in so einen Korridor dazwischen gekommen. Und an sich hat aber das zwei, drei Jahre gebraucht, bis ich das so richtig abschießen habe können. Also ich habe ein Jahr später auf der Weltreise noch ganz intensiv vom Fußball geträumt, teilweise passiert es mir heute noch, dass ich von irgendwelchen Geschehnissen traue, oder dass ich traue, dass ich wieder zurückkommen will. Aber ich habe verstanden, was das bedeutet. Also eben auch durch die gute Karin Höhl-Riegel, die im Zuge meiner Talksinterview hat aber verstanden, nicht jeden Traum ernst zu nehmen, aber ihn für dich selber einfach zu interpretieren und einig zu spüren, was könnte man das jetzt sagen und wo kommt das her. die Weltreise mit welcher Fragestellung bist du herangegangen? Weglaufen, Flucht. Das war auch der Traum meiner damaligen Partnerin und für mich war das echt, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mir beim Leben anstellen soll. Ich weiß, Fußball ist es nicht mehr, aber ich habe keine Ahnung, was sonst. Kann ich überhaupt irgendetwas anders, werde mich je wieder irgendwas so sehr begeistern, werde ich mit irgendwas anderem mein Geldverdiener können. Also ich habe meine Matura gemacht, das passt, habe dann auch nebenbei meine Wirtschaft studiert und so, aber ich habe nie den Plan gehabt, wenn jetzt Fußball was ist es dann und ich habe wieder vorgesehen, in welcher Frage, ja genau, fällt mir keine Ahnung, weil es keine geben hat, es war wirklich dieses einfach mal fliehen und schauen, was passiert und hoffen, dass ich eine Eingebung habe unterwegs und da war es eher so, dass ich einmal ein, zwei Monate unterwegs bin, bin aber dann im Laufe der Reise immer mehr so richtig eine kippt und habe gemerkt, diese Magie, wenn es im Moment leben kann, sonst jeden Tag entscheiden kannst, was heute eben dich begeistert, also da hat man als erstes mal diese Frage gestellt, weil ich nicht mehr in einem Rahmen war, sondern mein eigener Boss und dann sind Fragen aufgetaucht, also ich bin quasi nicht mit einer Frage gestartet, sondern eigentlich mit Ahnungslosigkeit und fast so ein bisschen Hoffnungs- und Hilflosigkeit und im Laufe der 15 Monate sind viele Fragen aufgetaucht, die teilweise auch sehr weh da haben, aber was wichtig war, dass ich genauer hinschaue und das ist mir nicht nur in den 15 Monaten, sondern in den Jahren darauf gelungen, da eben meine Antworten zu finden und was ich halt trotzdem merke, ist, je mehr antworten, du findest, desto mehr Fragen kommen immer wieder, als wird, es ist eher so ein Pingpong, wie in einer Diät stelle ich mir das vor, wenn du annimmst und dann kommt wieder die Fressattacke und so ähnliches, du hast ein paar Antworten gefunden, aber für jede Antwort kommen wieder fünf Fragen dazu und das ist einerseits schön, dass ich überhaupt in der Situation bin, dass ich mir die Fragen stellen kann, ich bin sehr dankbar, dass ich mein Leben so gehen und fühlen darf, aber es ist nicht immer cool, es raucht oft der Kopf, es sind auch schlaflose Nächte dabei. Kannst du ein Beispiel geben, was es für Fragen sind? Ja, wahrscheinlich ist die Frage aller Fragen, warum bin ich da und dieser Sinn des Lebens da und die Heller hat in unserem Talk so schön gesagt, aus dem Entwurf eines Menschen einen halbwegs gelungenen Menschen zu machen, ich finde das trifft recht gut, ich glaube es ist nie der eine Sinn, sondern es geht grundsätzlich einmal darum, dass du selber kennenlernst und am Weg herausfindest, was ist dein Entwurf und was mögst du daraus machen, nämlich du, nicht was erwartet wie ein anderer von dir, sondern was willst du daraus machen und das war in den letzten Jahren ein ständiges Hin und und her, also nur weil ich gewusst habe, Fußball ist einmal nicht, dann war es das Schreiben, dann war es das Schreiben wieder einmal gar nicht, ich habe dann eine Phase gehabt, wo es mir nicht gut gegangen ist, da habe ich keine drei Sätze zusammengebracht, da war ich dann wieder ziemlich verzweifelt, dann war es jetzt zwei, drei Jahre lang die Fußballschule TECO7, wo ich mich als Trainer engagiert habe, wo ich im Marketing mitgeholfen habe. Wie ist es zu dem gekommen? Das war ja dann glaube ich relativ bald nach der Reise, oder? Genau, also ich habe 15 Monate geglaubt, ich will mit Fußball nie wieder irgendwas zu tun haben und dann durch einen Kontakt von Hermann kam es, wie soll es auch anders sein, der den Bernhard, den Gründer von TECO7 zusammengebracht hat und hat gesagt, ihr habt ungefähr das gleiche Mindset und das gleiche Vor im Fußball, ihr sollt euch einmal unterhalten und das war echt ein Gespräch, wo es sofort Klick macht und da warst, du bist mit dem Menschen auf Augenhöhe und auf der gleichen Wellenlänge und daraus ist eigentlich eine Trainertätigkeit entstanden. Kannst du das kurz beschreiben, was das ist, was ihr da macht? TECO7 ist eine, ich würde sagen, eine Fußballschule mit Werten, also ein sehr alternativer Zugang, wo, es ist eigentlich traurig, dass man immer alternativ sagen muss, wo der Mensch, nämlich das Kind im Vordergrund steht, wo man das abholt, je nachdem, wo es herkommt und zu TECO7 kommen auch ganz viele Kinder, die waren das abgelehnt worden sind und die auf einmal dann ihre Begeisterung wiederfinden und ihre Potenziale entfalten, weil da ein Trainer ist, der sie ernst nimmt, der ihnen zuhört und wo sie einfach wertgeschätzt werden und das streut der Bernhard einfach aus, wie ganz wenige andere Menschen, die ich im Fußball kennengelernt habe und hat darum also rundherum ein Team aufgebaut und TECO7 macht in erster Linie Fußballcamps das ist wahrscheinlich das, wo man es am meisten kennt und auch die größte Stärke wo Kinder nicht nur Baby gesittet werden sondern coole Tricks lernen und eine gute Zeit haben aber eben auch Werte vermittelt kriegen und kümmern sich aber auch um Kinder bis zu eigentlich 18 Jahre mittlerweile also um zwei Mannschaften eine U14 und eine U12 die man ein ganzes Jahr begleiten und auch einzelne Sportler die man am Weg zum Profi begleiten aber nicht nur als Fußballer sondern vor allem als Mensch und das ist das was TECO7 auszeichnet Welche Werte sind dabei? Freiheit also dem Kind die Freiheit gewähren sich frei entfalten zu können nicht der Trainer ist der Chef und schafft an er trifft gewisse Entscheidungen es braucht eine gewisse Hierarchie braucht es aber sehr viel Eigenständigkeit und Selbstverantwortung für die Kinder und vor allem die Kreativität also da wird es sehr fußballspezifisch aber was mir abgeht ist das oder auffällt im Gegensatz dazu dass in ganz vielen Fußballschulen Kinder zu Roboter erzogen werden also da wird schon mit 8 Jahren Taktiktraining gemacht und wie man funktionieren muss und auf welchen Gradratzentimeter man da jetzt verschieben muss damit der Gegner da ja nicht durchkommt und sämtliche Kreativität geht dabei einfach verloren und bei uns geht es darum erstens einmal miteinander Gaudi zu haben sich mit dem Ball auszutoben weil das ist ja die wahre Faszination die ich gespielt habe als Kind und egal ob es dann Fußball oder Tennisball oder Volleyball war alles was irgendwie Draht hat mit dem man spielen hat können und da einfach dadurch auch Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu entwickeln damit man mit dem Ball einfach coole Sachen anstellen kann und das ist der Weg den TQ7 eingeschlagen hat und der ist nicht immer erfolgreich weil es oft einfach effizienter ist wenn einer über die drüber rennt weil der ein Kopf größer ist und die mit der Übung wegräumt aber am Ende des Tages macht es einfach viel mehr Spaß wenn du den coolen Trick anwenden kannst oder ein besonders cooles Tor schießen kannst und das kann man nur in dem Alter lernen deswegen ist das auch so wichtig siehst du da Parallelen zur normalen Schule zum normalen Leben ja ganz viel und interessanterweise ich habe mich bei TQ7 jetzt ziemlich zurückgenommen ich glaube ich habe einen wertvollen Beitrag geleistet in den drei Jahren aber ich bin da nicht an vorderster Front gefragt sondern ich glaube ich war wichtig für den Prozess dass ich gewisse Themen anspricht und Augen öffne aber spannenderweise hat mich die Fußballschule sehr stark in die Schulrichtung gebracht und auch das merke ich immer wieder wie viel ich von meiner Mama mitgekriegt habe sie war selber leidenschaftliche Sport- und Deutschlehrerin hat mich ja immer schon damit genervt du musst einmal Lehrer werden und dann ist mir der Fußballer dazwischen gekommen und dann hat sie wieder gesagt nein ich muss jetzt unbedingt auf Lärm studieren und natürlich das was die Mama sagt oder die Eltern das lehnt man generell einmal ab und das ist auf gar keinen Fall ich merke aber immer mehr dass dieser Lehrer Mentor Begleiter wie man immer das bezeichnen will wie in mir steckt und dass ich das ja schon in den letzten Jahren ausgelebt habe in einer anderen Form und ja gemeinsam mit der Judith mit meiner Lebenspartnerin begeistert uns eigentlich das Thema Bildung am allermeisten und das ist das wo wir einfach spüren wo wir riesen Begeisterung haben wo wir große Stärken haben und wo wir uns wo wir uns ein Teil dazu beitragen möchten diese Gesellschaft ins Positive zu verändern weil man einfach davon überzeugt sind dass Bildung der größte Hebel ist und ja da möchte man Rahmen vor allem für Kinder aber vielleicht auch für Erwachsene schaffen wo genau das passiert was bei TQ7 im Fußballbereich passiert eben das Individuum wahrzunehmen jedem auch das nicht nur das Gefühl zu geben sondern den den so wert zu schätzen wie er ist dass du nicht was leisten musst damit du was wert bist sondern du bist wer und wenn du es eben schaffst deinen Weg zu gehen deiner Begeisterung zu folgen dann wird das letztendlich zu einer Zufriedenheit und zum Glück führen und in ganz vielen Fällen bin ich davon überzeugt auch zum Erfolg ob das dann wirtschaftlich ist oder nicht und ja ist das so der aktuelle Traum es ist würde ich sagen interessanterweise das was ich jetzt mache mit diesem Online-Kurs das ist eine Schule also es nennt sich wenn man dort quasi seinen ersten Online-Kurs hochlädt dann startest du gründest du eine Schule eine Online-Schule insofern bin ich schon auf dem Weg dorthin so in dem Sinne dass wir Kinder begleiten werden das wird wahrscheinlich passieren mit unserem ersten Kind das jetzt im November auf die Welt kommen wird wo man ja wahrscheinlich einen ganz großen Antrieb haben werden den Rahmen zu bieten den wir uns selber gewünscht hätten in der Schule und den wir ja dem Kleinen jetzt wünschen damit er sich einfach entfalten kann damit er ja sich selber eben kennenlernt seine Träume sich bewusst macht seinen Weg geht und vor allem das in ein größeres Ganzes integriert und deswegen wird es wahrscheinlich ist es ein Traum der mich in den nächsten Jahren weiterhin beschäftigt in welcher Form ich da beitragen werde ob es wirklich diese Online-Schule ist gepaart mit meinen Vorträgen und Seminaren ob ich mich dann ganz stark auch als Pädagoge in der Schule einbringen werde das lassen wir alles noch passieren aber das Schöne ist in unserem engsten Freundes- und Bekanntenkreis gibt es so viele leidenschaftliche Pädagogen die nur darauf warten dass einer startet wo die Sehnsucht so groß ist wo jeder spürt da läuft was falsch und es ist echt an der Zeit dass wir da was verändern und ich glaube mit dieser geballten Liebe zur Bildung zu den Kindern werden wir einiges verändern können zumindest im kleinen Rahmen und je mehr Initiativen es gibt so wie auch der Markhof zum Beispiel in Wien es gibt ja echt schon coole neue Schulen die verstanden haben wie es funktionieren soll desto eher werden wir dieses System kippen aber eben nicht von oben sondern von unten du machst ja selbst auch Podcast also sowohl Audio als auch Video und mir ist auch bei uns dann schon einige oder wahrscheinlich ist es gerade mir aufgefallen weil es mich besonders interessiert im Markhof im Co-Schooling beziehungsweise auch du hast jetzt einen Gerald Hütter interviewt das ist schon auch ein Thema das dir wichtig ist waren die Interviews vorher oder schon vorher der Gedanke dass du selbst in diese Richtung was machst oder ihr in diese Richtung was macht nein grundsätzlich sehr ähnlich wie bei dir wie du sagst du willst einfach selber lernen und spannende Leute treffen und unterwegs sein genauso war es mein eigener Antrieb also eigentlich bin ich nach Wien gekommen um zu studieren um es dann doch irgendwann der Mama recht zu machen was hätte studiert oder was hast du ja wahrscheinlich Sport und Deutsch also wirklich so wie sie es ist aber wieder nicht dazu gekommen weil ich das Gefühl gehabt habe warum soll jetzt fünf Jahre studieren wo ich von anderen mitgekriegt habe ja ein Teil ist eh ganz cool aber viel ist einfach so theoretisch und dann eben wieder nicht cool wenn ich viel effektiver lernen kann im Leben und warum sollte man nicht meine eigenen Professoren aussuchen und einfach die die spannendsten Leute für mich persönlich zu den Themen die mich gerade am meisten beschäftigen suche und denen begegne mich mit denen austausche in der Vorbereitung deren Bücher liese oder mir die YouTube Videos reinziehe und genau das war es also es war in Wahrheit ein Selbststudium das gestartet hat aus eigenem Antrieb irgendwann im Prozess ist einmal entstanden dass ich das teilen könnte über einen Blog und dann ist irgendwann die Idee zum Buch entstanden und wie du sagst also nachbetrachtend hat man gemerkt dass der Sport noch sehr präsent ist in dieser Talkriege weil ich einfach auch ja lang in dem Sport oder in dem Bereich tätig war aber vor allem das Lernen und gerade der Markhof hat mich so richtig in den Bann gezogen weil ich das Gefühl habe das ist echt Zukunftsmusik was die da machen also jetzt schauen da manche nur mit einem schiefen Auge hin oder lachen sogar aber in 10, 20 Jahren werden die alle sagen boah, Hut ab dass ihr die ersten Worts und dass ich das traut habt für die die es nicht kennen was machen die genau anders? der Markhof ganzheitlich es nennt sich auch das Dorf in der Stadt also quasi so eine kommunenhafte Gemeinschaft von in Summe da sind es mittlerweile glaube ich 100 Leute wo Co-Learner sprich Schüler Co-Worker also Selbstständige oder generell Firmen und anderen Bereichen und Co-Living ist der dritte Part also es gibt sogar Menschen die dort leben es gibt ein Café sie haben einen Food Corp also wo einfach miteinander nicht nur gelernt und gearbeitet sondern gelebt wird und das Schöne ist ihr Leitsatz ist nicht nur it's a village to raise a child also es braucht nicht nur die Eltern sondern es braucht das große Ganze sondern sie bereiten sich nicht auf das Leben vor so wie alle anderen Schulen das machen also zumindest die Regelschulen sondern sie leben bereits und das heißt konkret dass dort 18-Jährige für die Lehrer kochen oder für die Gemeinschaft kochen dass die selber putzen dass die den Einkauf tätigen also dass die schon nicht nur Mathematik in der Theorie lernen sondern dass die die Finanzen im Überblick haben und sowas finde ich so beeindruckend und sagt einfach wenn du Vertrauen hast nämlich in die Kinder und denen den Raum bietest dass sie sie entfalten können dass dass da so viel mehr möglich ist spannend und man kann den Talk auch nachhören dann über dein Homepage genau über den YouTube Channel Träumen weiter und man kann sie auch jederzeit besuchen also es ist eine sehr offene Gesellschaft da gibt es nicht einen Tag der offenen Tür wo dann irgendwas inszeniert wird wie super wir sind als Schule sondern das ist eine offene Schule wo man jederzeit vorbeischauen kann den Steffen den Gründer hoffentlich erwischt der mit seiner Vision das Ganze gestartet hat oder auch mit den Kindern reden kann und in Wahrheit braucht man gar nicht reden man braucht nur hinschauen wie das dort funktioniert und was wieder abspielt und das ist pure Inspiration eben auch für die Judith und für mich in diese Richtung tätig zu werden und wir möchten halt unsere große Leidenschaft den Sport und die Bewegung mit einfließen lassen ob das in einer bestehenden Schule ist oder ob wir wirklich unsere eigene gründen das wird sich in den nächsten Jahren herausstellen aber die Richtung ist auf jeden Fall klar also insofern der Traum ist relativ klar das konkrete Ziel noch nicht aber das wird wahrscheinlich bald passieren ok ich muss noch mal ganz kurz zurückgehen weil es mich noch interessiert nach der Reise nach diesen 15 Monaten Weltreise hat sich das mit dem Dekosima ergeben und ich glaube du bist auf dem ORF dann ja angerufen worden oder wie ja genau es war wirklich tatsächlich so also die Leute fragen mich heute was für einen Onkel hast du da eigentlich sitzen am Königlberg wie kommt man da rein und das war für mich damals so überraschend weil ich abgesehen von der Arbeit mit den Kindern und das war ja auch kein Hauptjob also ich habe neben meinem Blog und meinen Büchern da habe ich dann freigereist mein zweites Buch veröffentlicht habe ich so zwei Nachmittage manchmal waren es drei bei TK7 verbracht und abgesehen davon wollte ich mit Profifußball nichts mehr zum Teil haben weil das ist mir alles zu viel einfach nur mehr Business und Entertainment gewesen und dann kommt der Anruf von Andy Felber eben der Sport oder Fußballbeauftragte quasi ja der Job ist frei waren als Fußballexperte und ob ich mir das vorstellen kann und das war für mich so ich habe echt glaube ich mir eine Stunde gebraucht bis ich das realisiere ich wollte mit Fußball nichts mehr im Hut haben ich war auch zwei Jahre so weit weg ich habe keine Spiele geschaut ich habe selber nicht mehr gespielt das war für mich wirklich abgeschlossen und dann war das so ein hin und her so immer diese Tür wieder aufmachen und dann war damals die U20 WM in Neuseeland und wir haben das aus Wien übertragen oder der ORF damals noch da war ich noch kein freier Mitarbeiter aber auf jeden Fall haben sie mich das einmal ausprobieren lassen gar nicht so sehr das Easy wie es mir taugt sondern sie wollten mich prüfen ob ich es da auf habe und das hat echt Spaß gemacht und ich habe mir gedacht das ist eigentlich eine schöne Chance auch wenn es wieder Fußball ist aber meine Botschaften zu vermitteln und gerade der Fußball eignet sich ja wunderbar ganz viele Themen die uns in der Gesellschaft beschäftigen zu transportieren ja und hat wirklich wie? ja in ganz viel vielerlei Hinsicht also ich bin fest davon überzeugt dass die Fantribüne von ich will es keinen bestimmten Verein nennen aber von vielen Vereinen ein komplettes Spiegelbild der Gesellschaft ist also da stehen ja nicht nur irgendwelche Obdachlosen Arbeitslosen die die nicht mehr wissen wohin mit ihrem Leben da sind ja Ärzte Rechtsanwälte Studenten also da kommt ja wirklich so ein querbeet Sammelsurium der Gesellschaft zusammen und es zagt einfach einerseits diese Machtverhältnisse also das ist halt im Spitzenleistungsfußball wahrscheinlich nur augenscheinlicher weil es viel Medienwirksamkeit hat und weil sie sehr viel verstehen weil sie irgendwie dann wieder Zugang finden also das ist zum Beispiel was 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 man immer klarer wird dieses Macht ausüben und das im Fußball halt extrem hierarchisch gegliedert von oben gibt es einen Präsidenten und dann ein sportlich Funktionär und dann der Trainer und unten sind eigentlich die laufenden Werbebanden die irgendwelche Sponsoren halt frei Werbeflächen zur Verfügung stellen und halt nebenbei nur Fußball spielen aber wie viel Macht da ausgenutzt wird um Vereine zu kaufen um Medien zu manipulieren also das ist ein derartig spannendes Spiegelbild von dem was da draußen passiert zumindest in der Wirtschaft dass ich ganz viel für mich nachbetracht und eigentlich verstanden habe was ich als aktiver Spieler nie sehen wollte wahrscheinlich auch und nie verstehen wollte wo waren wir vorher noch Spiegelbild Fußball deine Botschaften verbreiten genau dass das mehr oder weniger die Chance war einer sehr sehr breiten Öffentlichkeit wir haben bei der EM zwei Millionen Einschaltquoten gehabt also quasi jeder vierte Österreicher hat da hingeschaut und das ist du kannst nicht großartig herumphilosophieren aber du kannst trotzdem den Fußballzuschauer vielleicht einen anderen Blickwinkel eröffnen und das habe ich versucht drei Jahre lang ist mir teilweise gut gelungen teilweise nicht so weil du einfach die Zeit nicht wirklich hast aber an sich hat es großen Spaß gemacht vor allem die ersten eineinhalb, zwei Jahre und es hat mir vor allem Freiheit gegeben dass meine Rechnungen gezahlt waren und ich mich in 1% der Zeit um Träume weiter kümmern habe die Tätigkeit hast du jetzt aber auch beendet ja die ist zu Ende gegangen weil ORF die Fußballrechte gar nicht mehr hat also das hat als der Privat Sender Sky aufgekauft insofern gibt es meinen Job in der Form einfach nicht mehr und es ist mir auch recht weil ich mir im letzten Jahr dann schon überlegt habe habe nach wie vor die Challenge dass ich treu und weiter zu einem Geschäftsmodell mache wenn man das so schön sagt also ich einfach mit meinen Büchern und Vorträgen und am anderen meinen Lebensunterhalt finanziere das wird immer realistischer und ich arbeite daran aber das war einfach die letzten zwei Jahre nicht der Fall und deswegen war das ein wichtiges Puzzlestück wo ich relativ wenig Zeit reinstecken habe müssen aber kurz Geld rausgebracht habe damit ich meinem Traum nachgehen kann Du hast davor angesprochen dieses Sicherheitsdenken und wovon kann ich leben und wie geht das weiter wenn man jetzt auch kündigt ohne zu wissen wie es weitergeht was würdest du da raten gibt es einen konkreten Tipp also erstens einmal ich glaube nicht immer dass es ein harter Cut sein muss in meinem Fall war es meistens so und ich bin wahrscheinlich eher der Typ der sagt so ein bisschen rebellisch oder also nicht so ein Macher jetzt muss das sein jetzt bilde ich mir das ein weil ich auch gewisse Ungeduld an den Tag lege aber ich glaube das muss es nicht sein es kann sein wenn es ein Job ist der da nicht wirklich Spaß macht dass du sagst statt 40 Stunden reduzierst du einmal auf 30 oder 35 und ich glaube ganz ganz viel können sie das leisten ich glaube ganz viel glauben nur dass das nicht geht aber ich bin davon überzeugt dass man einmal auf 200 Euro im Monat verzichten kann und eben wieder die eine Tür zumachen damit man Freiraum hat für was anderes und sich dann eben in der Freizeit mit Dingen beschäftigt die dich interessieren also zum Beispiel wenn du gerne schreibst einfach anfängst dass Zeit dafür investierst und dann deinen Blog startest vielleicht ein Buch schreibst oder Texte für Magazine schreibst oder wie auch immer in diesem konkreten Beispiel sodass du erstens diesen Cut Step by Step machst der Matthias Hohmbauer zum Beispiel der Rockstar Photographer hat es genauso gemacht er hat als Molekularbiologe gearbeitet am AKH hat dann gemerkt das ist nicht so richtig hat dann Schritt für Schritt ein bisschen weniger gemacht ist am Abend zu Konzerten gegangen und fotografiert und das hat zwei Jahre dauert von ich verdiene mir ein bisschen was dazu bis ja er verdient jetzt mittlerweile gut durch das was er fotografieren geht und sein Wissen über Online-Kurse verkauft also das ist ein finde ich sehr inspirierendes Beispiel wie es funktionieren kann und wenn wir uns ehrlich sind ich glaube 90-95% der Österreicher kennen die dir trotzdem immer richtig zuhauen weil du nicht gleich auf der Straße landst die fahren das soziale Netz auf du kriegst zumindest einmal ein halbes Jahr Arbeitslosengeld vielleicht hast du das Glück dass ein Partner für gewisse Zeit ein bisschen mitfinanzieren kann und wenn du motiviert bist und was machen willst dann findest du immer irgendwas damit du nicht überbleibst oder auf der Straße landst nur diese Angst muss man mal überwinden dass man dann nicht überbleibt oder dass man dann nicht gut genug ist sondern einfach wirklich einmal sagen und dafür braucht es meistens der Ali würde sagen jetzt eine richtige Watschen also eine Krankheit oder ein Unfall weil ganz viel machen sie es jetzt so gemütlich in der Komfortzone dass grundsätzlich schon merkt irgendwas passt oder nicht aber so richtig schlecht geht es da ja auch nicht aber auf der anderen Seite merkst du auch nicht um wie viel besser es dann okay kann wenn du wirklich eben wie gesagt habe in der Fuhr aufstehst und sagst wie geil ist es dass ich heute mal Zeit mit dem füllen darf was mich am meisten begeistert ich glaube du schreibst es auch in deinem Buch ich weiß es auch von deinem Podcast her glaubst du nicht dass die meisten leider gar nicht wissen was sie begeistert dass das schon die Hauptschwierigkeit ist das hat auch damit zu tun wie wir aufwachsen dass einfach ganz viel unserer Eltern oder Großeltern aus einer anderen Generation kommen und deswegen dürfen wir das auch nicht verwechseln also meine Großeltern zum Beispiel haben dafür gesorgt dass die Kinder was zum Essen haben also da war nicht für meinen Opa ich erfülle mir jetzt meinen Traum und tue die Welt bereisen sondern da war einmal eine Hacklin damit wir alle was zum Essen haben und die haben mit vier Kindern auf 50 Quadratmeter gewandt aber ich glaube dass wir in einer Zeit angekommen sind wo wir uns die Frage stellen dürfen und das auch erlaubt ist und da ist es um für dich zu vergleichen mit deinen Eltern oder Großeltern weil oft hat man dann auch schlechtes Gewissen denen gegenüber weil die haben sich ihre Träume ja nicht erfüllen dürfen warum sollte ich überhaupt also gewisse Denk- und Verhaltensmuster die man von früheren Generationen mitnimmt und dann und da kommen wir wieder zur Schule wo du einfach deine Begeisterung oder deine Träume aus den Augen verlierst weil wenn du ein super guter Musiker warst und dann aber mit sechs schon fünf Stunden erstens musst du auf einmal sitzen als Kind toben wir alle herum im Garten und Gaxeln herum und spülen und dann auf einmal musst du sitzen und musst irgendwas anhören was sich wer irgendwann einmal überlegt hat egal ob es interessiert oder nicht und dann ist es doch logisch wenn ich 13 Jahre in diesem System bin oder zumindest nein dass ich dann irgendwann meine Träume aus den Augen verloren habe und überhaupt vergessen habe wie sich das anfühlt wenn ich meiner Begeisterung folgen darf also ich verstehe das absolut nur kann man sich das wieder zurückholen man kann sich wieder erinnern indem man Freiraum schafft und deswegen ist das so wichtig also auch wenn ich mich wiederhole diese Freiheit dieser Freiraum erstens einmal dass du aussteigst aus diesem Radl aus diesem eben Denk- und Verhaltensmuster selbst wenn du noch nicht weißt was es ist aber ich bin davon überzeugt wenn du den nötigen Freiraum und das ist für den einen ich gehe einmal eine Woche auf eine Hütte, drei Tage oder ich gehe meditieren oder vielleicht ich gehe einmal nur spazieren oder ich haue mich einmal drei Wochen nach Südostasien was auch immer das darf und muss jeder für sich entscheiden dass dann hundertprozentig was kommt und das Problem ist im ersten Moment das ist das oft nicht schön weil du mit ganz viel konfrontiert wirst was alles nicht funktioniert hat in letzter Zeit aber das ist so wichtig im ersten Schritt um überhaupt einmal herauszufinden was es sein soll du musst einmal wissen was es nicht mehr sein soll und wenn du das schaffst das Schritt für Schritt loszulassen zu reduzieren vielleicht ganz wegzulassen dann kannst du Schritt für Schritt andere Dinge in dein Leben einlassen oder einladen und dann wird es passieren ob es ein paar Wochen ein paar Monate oder ein paar Jahre dauert bei mir war es ein Prozess von wahrscheinlich zwei, drei Jahren und ich habe das Glück gehabt dass eine Reise dazwischen war mit sehr viel prägenden Erfahrungen aber ich glaube nicht dass es immer eine Weltreise sein muss aber einfach Zeit mit dir weil und das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis aus meiner Arbeit von Traumweiter die Antworten stecken immer in dir also unsere Antworten oder meine Antworten habe ich da jetzt in diesem Talk geteilt andere ich weiß nicht von Büchern oder Videos oder Filmen oder Begegnungen am Ende muss ich nicht immer Guru oder Coach sein das kann oft ein Gespräch sein das dich so richtig berührt oder rausreißt aber letztendlich am Ende des Tages steckt die Antwort ganz tief in dir nur manchmal muss ich dir vergraben als du bisher getan hast ich möchte es noch einmal herausheben was du gesagt hast ich weiß nicht ob dir das bewusst war aber das wichtigste finde ich dass man nicht gleich aufgibt wenn die erste Zeit von diesem Freiraum nicht die schönste ist sondern dass man erst dann ins Tal der Tränen muss dass man wieder raufkommt und ich glaube das ist wesentlich weil das wird oft vergessen man hat das Gefühl man hat sich drei Wochen auf die Malediven oder wo auch immer und dann ist alles gut das ist glaube ich eher nicht so immer der Fall absolut nur das ist ja also erstens kann das mega befreiend sein genauso wie wie Wana ist ja so negativ behaftet gerade als Männer du darfst dir überhaupt keine Schwäche zahlen aber in Wahrheit wenn wir uns ehrlich sind wie viel Kraft da frei wird wie viel du da loslassen kannst wenn es da mal so richtig ja zum Wana anfängst oder was von der Seele schreist ich habe mal Therapie gemacht bei einer Heilpraktikerin im Passau da war eine Schreutherapie ein wesentlicher Teil des Ganzen und das war echt so arg dass ich nach dem ersten Mal am nächsten Tag nicht mehr reden konnte weil meine Stimmbandel so beleidigt aber das war so befreiend und sanfter ist vielleicht einfach ausatmen und das habe ich jetzt in den letzten Jahren in der Meditation gelernt dass ganz viel auf den Atem zurückkommt und da du einfach ganz viel was sich angestellt hast von der Seele von der Brust atmen kannst aber ja ich gebe dir absolut recht und in meinem Fall weiß auch so dass es einmal sehr weh tut nur es tut sowieso weh entweder seelisch in dem Moment oder dir gibt es Leben eben diese Watschen durch einen Unfall oder eine Krankheit nur ich bin davon überzeugt dass es nicht immer so weit kommen muss also dass du je bewusster und reflektierter du durch dein Leben kommst nicht die Notbremsen ziehen musst sondern vielleicht schon ein bisschen früher erkennst dass so kleine Weichenstellungen oder manchmal auch große das verhindern würden gibt es zum Abschluss noch etwas was du gerne sagen möchtest was ich jetzt nicht gefragt habe was dir wichtig wäre mir taugt es echt wie du die Gespräche führst in der Regelwett also es ist wir könnten da glaube ich nur drei Stunden weiter reden aber ich möchte an dieser Stelle einmal danke auch sagen dass du das machst und ja einfach eine Plattform bietest für Leute die da reinhören wollen und die spüren irgendwas passt da nicht irgendwas schlummert in mir aber ich weiß es nicht so richtig und aus eigener Erfahrung bei mir war es immer so wenn du dir meine Bücherregale anschaust da sind 80% Biografien drin deswegen war es wahrscheinlich auch ein Grund warum ich meine Biografie gleich niedergeschrieben habe aber wo ich noch nicht unbedingt in einem Alter bin wo man das tut und jetzt Biografien eingesammelt habe ich finde und ich habe gelernt Menschen folgen Menschen und ich glaube man kann nur vorangehen so wie du das auch tust und ja ich finde es wunderbar dass wir immer mehr werden wir werden mehr glaube ich ist gerade so eine Kampagne und das habe ich auch das Gefühl beim Träumen und wir sind sicher in einer Minderheit aber so wie ich in den letzten Jahren lernen habe der von allem voran von Hermann und Katzi aber auch tut leid wie du oder wie der Ali oder wie der Matthias er oder kennt jetzt unzählige aufzählen ist es so wichtig die einfach mit Gleichgesinnten zu umgeben also vielleicht ist es das noch abschließend schau wirklich dass du dir Zeit mit den Menschen verbringst die da gut tun die du gern hast wo du du sein kannst wo du dich nicht verstehen musst wo du offen der Meinung sagen kannst und die da nicht irgendeine Maske aufsetzen musst ich glaube dass das ein wesentlicher Punkt ist und der ist ja so schwer in der Transition weil manchmal heißt es du musst dein Umfeld einfach rauf gehen in meinem Fall war es von Obestreich nach Wien zu ziehen also es war auch mit dem Ortswechsel verbunden aber vielleicht reicht es den ein oder anderen Energieräuber in deinem Leben loszulassen und da den ein oder anderen gleichgesinnten Träumer Macher wie immer wenn du gerade suchst in dein Leben einzuladen und weil ich auch viel heute schon von Familie geredet habe du kannst jeden in deine in eine kosmische Familie einladen und gerade bei mir nachdem das ein sehr kleines Familienkonstrukt war mit meiner Mama und mit mir und das auch nicht immer so schön war habe ich gelernt dass es Lehrer Fußballtrainer gute Freunde sein können die du in deine Familie einlädst und wenn das drei oder fünf sind ist das um so viel mehr wert als wenn du glaubst du du bist der Sunnyball der es jedem recht macht und du hast den Wald drastet wie der Wind also dieses Umfeld und die wo festhalten können wenn es einmal nicht so läuft finde ich extrem wichtig ja dann sage ich herzlichen Dank fürs Gespräch für deine Zeit danke schön dass du da bist ja und alle Träume weiter Talks die Peter geführt hat sowie die Coachings und Seminare zu dem Thema und Infos zu seinen Büchern findet ihr unter www.träume-weiter.at ja und alle Muntermachering-Gespräche sind wir immer unter www.elisabethmusbommer.at zum Nachhören Tschüss und bis bald 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 Vielen Dank.